Ja Leute, heute geht es um etwas ganz besonderes, denn wir schauen uns heute wirklich dumme Duelle an, beziehungsweise witzige. Und dabei gucken wir uns nicht irgendwelche Duelle, sondern die Duelle, die mir passiert sind. Denn ja Leute, ich habe Duelle gesammelt und ich werde sie mit euch jetzt teilen. Ja, und dafür sind wir jetzt hier im Spiel, denn ja Leute, es sind Duelle MasterDuel, aber keine, keine Angst, ihr braucht nicht abschalten, weil es MasterDuel ist. Es sind wirklich unterhaltsame Duelle und es sind nicht aktuelle Duelle an sich, es sind Duelle in der ganzen Laufzeit, seitdem es MasterDuel gibt. Also wir haben hier eine Menge alte Decks und auch Karten, die eventuell verboten sind, aber es ist halt einiges Lustiges passiert. Ja, hier gibt es die Wiederholungsfunktion, hier kann man hier sehen, ich habe halt Wiederholungen gespeichert, natürlich nur die besten für euch. Und ich habe die extra gesammelt und habe gedacht, irgendwann schauen wir uns die einfach mal gemeinsam an. Und heute ist der Zeitpunkt, also falls euch das gefällt, dann schreibt es mal in die Kommentare, denn vielleicht kann man ja öfter irgendwelche Duelle eben angucken. So, dann kommen wir auch schon zum ersten Duelle und wir sehen hier, ich spiele hier ein Going Second Deck, denn wir spielen natürlich ein Best-of-One-Format hier. Und dementsprechend habe ich hier ein sehr, sehr Going Second-lastiges Deck mit Rai Grege, Federwisch, den Pranker-Tops und so weiter mit Dodi-Ec-Engine. Jedoch haben wir Würfel verloren, heißt Gegner sagt, wir dürfen anfangen, war ein bisschen komisch. Ja, wir aktivieren also dementsprechend einfach Part of Desires, weil wir keine andere Option haben. Banischen, kriegen hier eine Ash und das war es, ja toll, super Zug, ne? Ich meine, wir können hier nichts setzen, also könnten wir schon, aber bringt halt nichts. So, wir wissen noch nicht gegen was wir spielen und wir spielen hier gegen Sky Striker. Man muss dazu erwähnen, hier wichtige Anmerkung für die Leute, Link Cage ist hier noch nicht draußen, bedeutet also hier, das OTK-Potenzial ist nicht vorhanden. Des Weiteren sind hier natürlich noch andere Karten erlaubt, aber das werden wir im Laufe des Duells sehen. So, einfach direkter Angriff, legt rein. Hier fand ich schon interessant, beim Reinlegen, er legt hier Luftraum rein. Fand ich sehr interessant, er kann sich engage, er kann sich Multi-Roll und ähnliches nehmen. Ah, okay, okay, von mir aus, von mir aus auch das, ist ja nicht schlimm. Dann gehen wir in Shizuku, wir haben hier nur Kagari auf 1 in dieser Liste halt. Bedeutet also auf Deutsch, ja, wir wollen mit der Kagari vielleicht vorsichtig umgehen, wollen hier Spells sammeln, verstehe ich den Ansatz. So, dann kommt Shizuku, wir suchen uns Engage. Engage ist zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch auf 2 gewesen. Dementsprechend, ja, ne, ein Engage von 2. Weiter geht's. Wir sind dran, jetzt können wir natürlich endlich spielen. Wir können hier erstmal unseren zweiten Port of Desires aktivieren. Den Strategie des Decks ist es eh sehr schnell mit Zodiac Engineering ähnliches Zeugs zu gehen, mit Zeugs dann halt Druck zu machen. Parallel dann mit den anderen Karten, wie zum Beispiel Dino Wrestler oder auch andere Karten in der Spiele, halt eben genug Schaden zu drücken. Das Duell wollen wir schnell benden. Also, zweiten Port of Desires. Der geht in diesem Fall auch durch. Das heißt, wir sind hier bei 12 Karten, der Gegner bei 32 Karten. Das könnte natürlich knapp werden, aber wir haben jetzt eine Hand mit dem ein Spielkampf. Wir fangen natürlich erstmal mit Lightning Storm. Warum Lightning Storm in Feederwisch? Ganz klar, wir dürfen halt keine offene Karte kontrollieren bei Blitzstorm. Deswegen fangen wir natürlich mit deren, weil sie auch im späteren Spielverlauf gut ist. So, er protectet sich als ein Monster, was okay ist erstmal. Hier kommt der Maxi und hier haben wir jetzt ein Call by the Grave. Und der Sinn hier an der Sache war, ich könnte hier das Maxi rausnehmen, ganz einfach natürlich. Aber ich habe gedacht, na gut, Maxi, ja, gibt den Karten. Wir können doch einfach passen. Also, wir brauchen hier gar keine Spezialbestimmung, Mann, denn er hat eh nicht so viele Handkarten. Bedeutet also, wir nehmen einfach seine Raid raus, denn er hat ja nur eine gerade aktuell im Grave. Und dann, wenn er im Gegnerischen Spielzug eben, also in seinen Zug halt eine Raid holt, kann sie ihn im Effekt nicht aktivieren. Also, sehr gut, sehr gut. Wir gehen hier rein, Battle Phase, Attack, direkter Angriff, ein bisschen Schaden, auch sehr gut. Und dann geben wir natürlich unseren Zug ab. Außerdem war natürlich die Idee, wenn er jetzt in Ray normal beschwört oder halt in einen Link geht, können wir halt eben mit dem Dino Wrestler das Link schießen. So, so weit, so gut. Bisher sehr ausgeglichen, vier Karten gegen vier Karten. Er fängt dann mit Upstart, gibt uns jetzt mal ein paar Lebenspunkte, aber eine weitere Spell, was natürlich relevant ist, denn er hat natürlich Engage mit eben den Draw. Wir nehmen uns hier die Ray. Wichtig zu erwähnen, Ray ist annulliert. Wichtig, das vergessen Leute immer. Ray kommt, aber er vergisst es nicht, geht in Hayate und geht in die Battle Phase. Er greift hier an. Wir lassen das erstmal ganz normal durch, denn wir wollen natürlich in der dann End Phase die Shuzuku zerstören. Er zerstört hier unser Monster, was kein Problem ist. Er geht hier in dann Kagari. Kagari holt sich natürlich Engage wieder. War irgendwie zu erwarten, ne? Dann macht er hier Engage again. Wichtig, wie gesagt, Kagari wird zu diesem Zeitpunkt eben auf 1. Von daher, ja, Kagari ist ja wichtig. Wir kriegen ja den Afterburner, den er auch direkt macht. Fand ich sehr interessant, weil an sich keine Notwendigkeit dazu besteht. Klar, theoretisch hat er auch Angst, dass ich in der End Phase eine Shuzuku poppe. Aber Ray ist ja da, denkt er zumindest. Ja, denn hier kommt, glaube ich, das erste Mistake, den er hatte. Denn, ja, Ray kommt nicht wieder, mein Lieber. Curl by the Grave, zieh bis zum Ende deines Shuzukes. So, Pass. Jetzt sehen wir schon, wir haben 5 gegen 2 Handkarten. Es wird für uns immer schwieriger. Zinibiru, was gegen Skystrike natürlich überhaupt nichts macht eigentlich, weil, ja, so viele Monster beschwört er eigentlich gar nicht. Dementsprechend machen wir bei End Phase, denn, ja, er wird uns eh nicht besiegen. Klar, mit Linkage ist das jetzt gefährlicher, aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt gab es Linkage noch nicht. So, 6 Karten gegen 3, beziehungsweise, ja, 3, die eigentlich nichts machen. Pot, sehr gute Karte, hat man dann in der Zeit sehr oft gespielt. Einfach aus dem Grund halt, weil man damit eben Kaigari recyceln konnte. Dementsprechend halt das öfter spielen konnte. Ja, er macht ja auch, recycelt hier gut. Finde ich auch sehr interessant, dass er hier eine Ash recycelt, anstatt ein Maxi. Aus meiner Sicht ist hier Maxi besser, aber okay, von mir aus auch dann die Ash. Mensch, so, er geht in Ray rein, Ray Attack. Jetzt funktioniert seine Fang wieder. Wir kommen wieder hier in Yata, Yata, direkt. Dann können wir was reinlegen. Er legt hier einen Anker rein, wo ich mich auch frage, why? Anker ist so eine gute Karte. Wir haben Kaigari halt eben nicht auf 3. Wir haben keine Multi-Root zu dem Zeitpunkt. Warum? Verstehe ich nicht. Man hätte noch eine Area 0 reinlegen können. Ich weiß nicht, wie viele er gespielt hat natürlich, aber ja, so, weiter geht's. Main Fest 2, wir gehen natürlich hier in Kaigari und holen uns dann hier höchstwahrscheinlich die Engage wieder. Ja, auch hier mit Engage können wir den Anker holen. Also, ich hab's nicht so ganz verstanden, was das Ganze sollte. Wir brauchen nicht Anker, wir brauchen nicht so viele Anker. Upstart, zieh eine und jetzt sehen wir. Also, es wird immer schwieriger. Wir spielen gegen, einfach hier, das sind schon 8, 9 Karten dann. Was sehr stark ist. Das ist auch sehr gut. Er muss eine Karte diskarten, weil er eine Handkarte zu viel hat. Smart auf jeden Fall. Effekt-Wähler brauchen wir natürlich nicht. Bedeutet, also, wir spielen hier immer noch gegen 9 Karten, gegen eben 4 Karten. Ja, sieht nicht so gut aus. Man fragt sich das Ganze, wie soll das Duell hier enden? Das ist eine gute Frage, denn wir machen jetzt hier einfach ganz normal weiter. Und machen natürlich erstmal eine Federwisch. Nehmen hier eben raus, Droplet und Anker. Nice. Und dann machen wir aber Pass, weil wir nix haben. Regeki hat in diesem Fall natürlich nix gebracht, weil Shuzuku, äh, Ray dann wiedergekommen wäre. Von daher, ja. Hayate, Hayate, Rose, Rose, Wailer, Normal Summon. Und darauf habe ich ein bisschen gewartet, denn zu dem Zeitpunkt gab es nicht Linkage-Adoptionsmusikern, sondern die Needle-Fiber-Kombo. Man geht nämlich hier dann mit Effekt-Wailer oder irgendeinem Tuner halt in Needle-Fiber. Needle-Fiber geht dann, holt euch dann eine Handtrap. Und dann könnte man mit Selin halt in den Access-Code gehen. In diesem Fall nimmt er sogar noch seine Rose. Bedeutet, also noch mehr Ressourcen benutzt, um in ihn hier reinzugehen und erholt den Access-Code. Wichtig, hier, äh, ihr müsst darauf reagieren, nachdem der Effekt resolved ist, können wir hier aktivieren. Und dann kommt Nibiru. Hier kommt Maxey. Super, geben wir ihm noch mehr Karten. Wer braucht es denn nicht? So, er zieht eine Karte, er zieht eine zweite Karte. Und jetzt haben wir natürlich erstmal freies Feld. Er passt, weil, naja, der Token ist da. Der Token kann anscheinend nicht los werden. Ich frage mich die ganze Zeit, was ist mit seiner Multi-Roll los? Warum will er Multi-Roll nicht haben? Also, er hat Engage gehabt schon so normale. Selbst mein Federsturm ist raus. Also, was ist da los? Äh, verstehe ich nicht. Egal, er macht erstmal hier noch Versteckung für die Armee. Und dann gibt er nämlich, glaube ich, ab. Ah, ne, da kommt die Multi-Roll. Klar. Also, macht ja auch Sinn, jetzt nicht Multi-Roll irgendwie den Effekt zu nutzen, um den Token loszuwehren. Und dann irgendwas zu setzen. Ah, nein, brauchen wir, brauchen wir nicht. Okay, egal. Wir sind dran. Ähm, wir ziehen. Und wir ziehen endlich ein So-Deck. Wir haben noch neun Karten im Deck. Und, falls wir sehen, der Gegner hat auch nur noch zwölf Karten im Deck. Wir haben ihn gut aufgeholt. Wir haben zwar ein Pod of the Sears aktiviert. Aber er millt so viel, ähm, mit Hayate und mit Engage und Upstarts. Also, er kommt dem Deck auch doch langsam näher. Ähm, aber wir haben natürlich jetzt erstmal hier ein So-Deck und können erstmal spielen. Wir gehen hier in Hammerkong und dann gehen wir mit Hammerkong, wollten wir ja eigentlich, das nächste Monster gehen. Wir gehen jetzt in Tigermörser und hier muss man sagen, ich hatte Angst. Theoretisch, theoretisch, äh, kann man hier gucken. So, theoretisch, wir haben hier sehr viel Schaden auf dem Feld. Denn wir haben hier theoretisch eben mit den Nibiru und ihn haben wir 5-4. Reicht nicht, um das Spiel zu beenden. Dementsprechend haben wir dagegen entschieden, eben hier irgendwie, ähm, das Spiel beenden zu wollen. So haben wir versucht, irgendwie Zeus durchzubringen, ähm, weil eben Effektweiler kommen könnte. So, dann kommt jetzt der Angriff. Ähm, Zeus an sich geht, würde halt funktionieren. Wir gehen in den Drachzack, weil wir wollen, bevor Zeus kommt, eben noch seine Multi-World zerstören. Dann, ähm, hat er einfach weniger Ressourcen. Und dann kommt von dem Gegner der Nibiru. Ja, ähm, Skyscracker spielt Nibiru. Okay, er hatte schon Probleme mit dem Token. Mal sehen, ob er mit anderen Token auch Probleme hat. Wir aktivieren natürlich den Drachzack und zerstören das Ganze. Und dann bekommen wir halt eben Token. Und ja, was bleibt uns da so übrig, als wieder zu passen. Ja, der Klassiker. Irgendwie haben wir sehr viel gepasst und nichts gemacht. Wir sehen jetzt hier, wir haben hier 7 Karten in der Hand. Wir haben nur 2, die nichts bringen. Okay, weiter geht's, weiter geht's. Kein Problem. Rose-Effect, Zecke, Zecke-Effekt. Bandage den Token, sehr nice. Feld gecleared. Nutzener-Effekt zum ATK-Boosten. Und hier, Skyscracker schafft es einfach nicht, hier uns eben zu besiegen. Angriff. Und jetzt fallen wir auch mal unter seine Lebenspunkte. Aber nicht so schlimm. So, jetzt kommt Shuzuku. Und ja, Shuzuku hat hier sogar noch ein Target und nimmt sich Shark Cannon. Ja, mach weiter, mach weiter. Er hat nämlich jetzt inzwischen einfach wirklich weniger Karten im Deck als ich. Das heißt, Deckout ist eine Option, definitiv. So. Dann sind wir dran. Und jetzt hier, wir haben wieder ein Sodia gezogen, was natürlich uns sehr hilft. Check it in, check it in, holt Drachzack wieder. Drachzack. Dann wollen wir natürlich Equipen. Damit haben wir eine Zerstörung. Hier kommt Tiger-Merser, Tiger-Merser-Effekt, Equip. Und da kommt dann die Shark Cannon. War ja zu erwarten, dass sie kommt. Aber, ja, ein Versuch muss es sein. Und dann gehen wir hier in Ebbung. Und wollen hier dann ebenfalls, äh, dann jetzt in den Zeus gehen. Das funktioniert jetzt auch. Also, wir haben hier Zeus und passen natürlich. Wir wollen das Ganze natürlich in einer Battle Phase aktivieren. Oder halt eben mit Anker oder ähnliches kommt. Man weiß auch nicht, vielleicht liegt da Anker set. Man weiß es nicht. Von daher erst mal Zeus hier nicht nutzen. Dann kommt hier die Jamming Wave. Wird natürlich gemacht, um mein Zeus zu zerstören. Habe ich hier in diesem Fall durchgelassen. Weil wir haben hier halt immer noch, äh, eine Rai Engrave. Da unten ganz. Wir haben noch eine Rai Engrave, ähm, die dann halt eben speziell beschweren würde. Also würde es keinen Unterschied machen. Äh, und wir würden halt unter anderem unser, äh, Monster verlieren. Dann holt der Drachenkanone. Ähm, ja, und link damit weg in Phönix. Was sind das für Plays? Ähm, ich habe gehofft zu diesem Zeitpunkt wirklich, dass er hier noch ein Monster mehr, noch ein paar Monster mehr beschwert, damit Nibiru kommen kann. Passierte nicht. Doch, 300 zu 350. Und wir sehen hier, er hat noch zwei Karten. Ich weiß nicht, wie das ganze Plus abgeblieben ist. Ähm, es ist irgendwie abhanden gekommen. Und jetzt werden wir eben hier Pass machen. Und wir sind dran. So, Leute. Wir sind dran. Und jetzt fragt euch langsam, wie können wir dieses Duell gewinnen? Es sieht ja doch langsam ziemlich aussichtslos aus. Naja, guckt weiter. Äh, wir kommen 3G-Key in dieser Stelle. Nimmt erstmal alle Monster raus. Da hier jetzt ja eben kein linker Monster da ist, kann Ray hier nicht wieder kommen. Und jetzt müssen wir uns merken. Wir haben hier schon bereits im Friedhof, äh, eine Ray, zweite Ray, ein, äh, warte, wo ist eine Rose, zweite Rose und die dritte Rose und einer mehr gecallt bei ihm. Er hat kein Skystriker-Monster mehr im Deck. Und dann muss ich sehen, ich glaub, er hat irgendwann Horned Drone... Ja, Horned Drone... Ich glaub, er hat sich auch mit Hayate reingelegt, ne? Das heißt, er hat gar keinen Access auf Monster, was halt an sich ein riesen Pluspunkt für uns ist. Aber theoretisch kann er ja noch irgendwas anderes machen. Man weiß es nicht. Deswegen gehen wir hier ab und, ähm, gucken dann, was er machen kann. Main Phase, End Phase. Wir sind dran. Und das sieht natürlich sehr gut aus. Er hat noch 5 Karten im Deck. Wir haben noch 6 Karten im Deck. Das heißt, wir würden hier Deck-out-technisch gewinnen. Geben hier wieder ab, weil wir hier eben nicht spielen können. Und jetzt wollen wir mal sehen, was er macht. Und jetzt kommt das, was ich nicht erwartet hätte. Er gibt auf, könnte man meinen. Ähm, und hat auch. Weil er einfach kein Monster hat. Ja, und hier sieht man ein Paradebeispiel einfach dafür, dass eben das Grind-Game extrem wichtig ist. Bedeutet, ihr müsst nicht eure Ressourcen irgendwie reinballern. Ihr müsst sie eben unter Kontrolle heißen. Die Hayate reinmilds haben gar keinen Sinn gemacht in der Situation. Und er hat einfach, also er hat das einfach geschmissen. Ich habe nie was wirklich gehabt. Ich hatte 2-3 Mal Optionen, irgendwie was machen. In Zeus zu gehen oder so. Hat aber unterbunden eben mit Nibiru oder ähnliches. Er hat, ich hatte quasi nichts. Und er hatte alles, unendlich viele Handkarten und hat es aufgrund des Ressourcen-Games dann verloren. Deswegen habe ich dieses Replay auch gespeiert, weil es einfach eine kleine Lehre sein soll. Leute, behaltet eure Ressourcen am Auge. Das ist sehr, sehr wichtig. Sonst eben könnt ihr verlieren, wie eben in diesem Beispiel. So, bei dem nächsten Replay ist es schon einen Monat vergangen. Und ja, wir sehen, ich spiele zu sehr humanen Zeiten. 0,37, 22 Uhr. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Wir sind bereits Gold 1. Früher gab es noch kein Diamant. Das heißt, von Platinum bist du immer ins Gold runtergedroppt. Bedeutet also, ja, das ist das Ganze nicht. Jetzt gibt es da sogar Master. Und wir sehen hier jetzt ein auch sehr interessantes Duell. Und in diesem Fall, man kann auch nicht erahnen, was ich hier spiele. Ihr könnt ja mal raten. Genau, wir spielen hier Skystrike in Going Second Variante mit der DPE Engine. Ja, Leute, eine ganz wilde Liste auf jeden Fall. Wir spielen gegen Swords Hold'em. Wir haben nicht so die gute Hand per se, aber wir haben Maxé. Maxé ist natürlich eine steile Karte, die ihm Hoffnung gibt. Und vor allen Dingen hier, oh je, ja, wo kann man nicht besser Maxé droppen, ne? Er muss spezialbeschwören, heißt, er verliert auf jeden Fall eine Karte. Also Ausgleich machen wir auf jeden Fall. Und dann geht er halt eben hier in Grandmaster und wir kriegen plus 1 schon mal. Aktiviert sein Effekt? Das wollen wir nicht, denn ganz ehrlich, bei der Hand würde Baronesse doch sehr wehtun. Dementsprechend kommt hier der Effekt-Wähler. Wir müssen natürlich darauf hoffen, dass hier der Gegner eben nicht die Search-Karte hat, obwohl wir natürlich eine Asche hätten. So, dann sind wir dran. Wir haben hier ganz gute Karten. Wir haben noch nicht drei Spells, klar, wir fangen ja auch gerade erst an. Ja, wir haben wieder kein Monster-Access. Es ist Katastrophe. Wir fangen erstmal an hier mit Blitzsturm. Dann wollen wir erstmal gucken, was die verdeckte Karte ist. Und es war einfach ein Judgment. Also gut, dass wir das losgewohnt sind. Ähm, dann kommt Upstart-Goblin und noch ein Blitzsturm. Yay! Ja, da wir jetzt gar keine Plays haben, müssen wir einen Afterburner machen und das Ganze hier eben zerstören. Und können halt nur Anker, Sadman und das wenden. So, Gegner ist dran. Wie gesagt, wir hier immerhin Maxi und Ash. Er hier 5-Garten. Mal gucken. Er fängt jetzt erstmal an, auch Lightning Storm zu spielen. Ihr merkt, zu Beginn war Lightning Storm eine sehr beliebte Karte. Liegt einfach daran, weil es ein Best-of-One-Format war und man Going Second halt einfach was haben wollte. Außerdem lief auch viel Eldig rum und Lightning Storm ist eine gute Karte. So, jetzt kommt hier der Lightning Storm. Ja, ist klar, geht dann weg. Und jetzt kommt der Tenny aus Hand. Natürlich Maxi. Keine Ash, kein Goldball. Wir freuen uns. Das heißt, wir ziehen hier eine. Und er entscheidet sich einfach zu passen, weil er denkt sich, ja gut, er spielt Sky Striker. Er wird mich eh nicht besiegen. Dann lassen wir ihn halt den Ausgleich. So, wir ziehen. Bisher super Hand, wie immer. Ey, Multi-Roll. Stark. Ja, Multi-Roll hier gezogen in diesem Fall. Und bringt uns halt gar nichts. Das heißt, wir müssen hier einfach wieder passen. Und hoffen, dass den Gegner auch nichts hat hier. Wir sehen hier, hier kommt erstmal der Mönch. Macht gar nichts erstmal. Und dann kommt die Searcher-Karte. Sehr gut, wir haben eine Ash. Ash hält das Ganze auf. Die Handtrap-Schlacht beginnt. Und hier kommt Iglesia. Iglesia, aua. Aua, aua. Wir haben noch einen Effekt-Wählerin für die Moyet, die kommen wird. Aber ja, und dann sehen wir hier, er geht in Longquan. Das habe ich nicht ganz so verstanden. Weil, ich weiß nicht. Hat er sich verklickt? Also, er muss sich verklickt haben. Weil, alles andere macht keinen Sinn. Vor allem, wenn ihr jetzt seht, was passiert. So, er ruft. Guck mal, er ruft den Schamanen. Discarded Moyet. Also, er hat einen in der Hand. Ich, ich, ich verstehe es einfach nicht. Äh, ich verstehe es einfach per se nicht. Äh, ja. Äh, hm. Ich weiß nicht, was da passiert. Egal. Jetzt kommt der Effekt-Wähler natürlich umso besser. Denn, ähm, jetzt hat er keine Monster. Und jetzt sind wir in einem Game-Stat, der mir sehr gefällt. Denn wir brauchen nur irgendwie mal ein Monster ziehen. Was wir mal hoffentlich tun. Ähm, dann können wir spielen. Und er hat halt quasi nichts. Sehr gut. So, er greift direkt an. Soll er tun. Die paar Lebenspunkte, die können wir verlieren. Und jetzt hoffen wir, dass wir ein Monster ziehen. Und wir ziehen... Natürlich. Kein Monster. So, erstmal hier die Back-Row loswerden. Was wichtig ist. Im Permanence. Na gut. Hätte er eh nichts gemacht. Aber wir haben so viele Hand-Traps bereits genutzt. Dass wir Top der Träger nicht aktivieren können. Okay. Fünf rein. Dann mischen wir rein. Und ziehen zwei neue. Ich meine... Hand-Traps und Hand-Traps. So, wir setzen mal lieber eine Ash. Weil, sicher ist sicher. Weil 6400 gegen Swarthstone kann doch nach hinten losgehen. Er braucht nur einen Tarja haben oder ähnliches. Er hat ja sogar Terrence Nommoyer mit Tenny. Ja. Aber er discardt hier. Hat nur eine Ash gezogen. Und holt sich hier Grandmaster wieder. Was sehr gut ist. Weil es einfach eine Gate ist. Ja. Und plus Artikel. Ja. Da rennt er erstmal in die Ash rein. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Weniger Schaden für uns. Ist vollkommen okay. So. Wir sind dran. Wir ziehen. Ich meine, was hätte das sonst liegen können? Also, als ob wir eine Ray oder so setzen. Es muss ja... Na gut. Maxi jetzt sein können. Aber... Nee. Also, weiß nicht. Man muss schon mal erst rechnen. Pot of Desires. Wieder kein Monster. Aber wir können Pot of Desires aktivieren. Pot of Desires wird aktiviert. Wir banishen 10. Und... Juhu. Wieder kein Monster. Wir aktiven Upstart. Juhu. Wieder kein Monster. So. Und jetzt habe ich die Schnauze voll gehabt. Jetzt will ich mich selbst an meine eigene Engine bringen. Ich aktiviere Jammium Wave. Um ein Flederwisch zu zerstören. Um dann eben sein... Ja. Sein Synchro zu zerstören. Endphase Multiroll. Anker. So. Jetzt sind wir doch im Spiel hier. Anker. Gegner ist dran. Zieht eine Karte. Er nutzt den Effekt von seinem Link-Monster. Wo ich mich auch gefragt habe. Okay. Interessant. Maxi in der Hand hätte ich vielleicht behalten. Denn jetzt kommt natürlich das, was ich bekommen musste. Anker. Übernimmt die Kontrolle. Äh. Ja. Pass. Schwitscht rüber. Wir setzen uns hier in den Afterburner. Falls wir wieder kein Monster ziehen, können wir dann wenigstens sein Monster zerstören. So. Wir sind dran. Und wir ziehen... Hä? Ein Monster! Genau das, was wir gesucht haben. Ähm. Ja. Bringt uns halt wieder gar nichts. Also kommt natürlich der Afterburner. Wir zerstören sein Monster. Und komm. Normal Summon. Äh. Und rein da. Rein da. Wir beatdown. Ist mir ja komplett egal. Ähm. Falls wir den nächsten Zug, den nicht verlieren können, Multiroll sie immer noch wegmachen. Deswegen ist das jetzt nicht so problematisch. So. Ähm. Jammium Wave wird dem selbst gesetzt. Das heißt, ähm. Ja. Multiroll tut uns hier schon sehr guten Job. Äh. Wir hangeln uns hier irgendwie durchs Spiel. Muss man hier dann doch sagen. Gehen erst dran. Ja. Hm. Gut, dass wir eine Ash haben. So. Wir sind in einem guten Spot. Und äh. Ja, Leute. Wir haben noch 18k im Deck. Ach so. Übrigens. Äh. Wir haben mit Pot of Desires zwei Ray und eine Rose gepanished. Und Verschickung für die Armee. Also es ist auch nicht so einfach, um Monster zu ziehen. Muss man sagen. Und wir ziehen endlich was, was uns hilft. Und zwar, ähm. Ja. Die Feedspell. Feedspell nutzen wir erstmal für die Backrow. Plus wollen wir mitnehmen. Und wir treffen eine Ray. Und jetzt, Leute. Wir sind in unserer Engine. Und jetzt hat der Gegner eigentlich keine Chance mehr. Wir gehen rein. Attack. Attack. Effect Ray. Into Ayate. Ayate. Attack. Liegt uns rein. Engage. Äh. Gehen wir in Mainface 2. Calgary. Calgary holt sich Engage. Jetzt gibt es ja zwei Wege, in denen wir für Doppel Engage gehen. Oder eben uns hier ein Setup machen. Aber wir gehen hier erstmal für Setup. Denn, ja. Wie gesagt. Ich habe schon Angst, dass da Natalia oder so kommt. Dementsprechend hier, ähm. Ja. Sollen wir den Anker. Für mich ist es sehr gut, dass wir hier Hornedrone gezogen haben. Endface. Multi-Roll setzt sich Engage. Und Effekt dann halt eben theoretisch Zuko. Aber. Gegner gibt auf. Ich meine. Ja. Was war das für ein Duell? Sehr, sehr viele Handtraps. Ähm. Ja. Handtraps plus Multi-Roll. Carried hier das Game. Ähm. Und vielleicht den Missklick vielleicht. Aber, ja. Sehr auf jeden Fall amüsantes Duell. Fond ich zumindest. Das nächste Duell, was wir uns angucken, ist auch sehr interessant. Und das wollte ich euch vor allen Dingen zeigen. Weil, ja. Denglong ist ja zurück von der Wurzliste. Dementsprechend passt das Ganze hier. Denn hier ist Denglong drin. Aber ich zeige euch einfach, wie Denglong funktionieren würde, wenn alles noch erlaubt wäre. Was wirklich krass ist. Denn, ja. Das war ein Master Duell zu Beginn. Ähm. Dementsprechend sehen wir jetzt hier gleich einen absurden First Turn. Denn wir haben hier erstmal Full-ish. Full-ish. Sehr gut. Äh. Wir haben übrigens Full-Combo theoretisch in der Hand. Sieht sich nicht so aus. Aber, ja. Es ist einfach so. Es liegt einfach aufgrund der vielen Faktoren, die zu dem Zeitpunkt erlaubt waren. Denn unter anderem war ja auch Needle-Fiber erlaubt. So. Wir haben hier erstmal, äh. Amesia sehr gut hier. Natürlich sehr gut. Weil wir einfach ein Omni-Nagent bekommen. Wir können außerdem einen Token haben. Können ihn Spezial beschwören. Das können wir auch so. Das ist natürlich egal. Wir machen es aber jetzt natürlich dafür. Dann nutzen wir seinen Effekt. Äh. Haben hier dann eben den Greif. Discarden hier Draco-Bag. Man könnte Draco-Bag hier equippen. Aber, äh. Äh. Ändert nix. Weil wir werden das eh ganze dann noch weglinken. Ähm. Ironischerweise am Ende merke ich dann doch, dass wir es doch nicht brauchen. Aber es hat was mit den, äh. Ganzen Sachen zu tun hier. So. Wir linken jetzt erstmal in Needle-Fiber. Denn wir haben einen Tuner dabei. Yay. Ash. Wollen wir nicht. Wir brauchen das Monster. Wir brauchen das Monster. Äh. Coldby. Bell. Warum? Warum Bell hinterher? Ja, egal. Wir haben natürlich noch eine Gate mit Greif. Aber wir brauchen eigentlich den Level 7er, um unsere Combo zu machen. Dementsprechend hilft uns das Ganze natürlich nicht mehr. Aber wir müssen die Combo also andersrum machen. So. Das heißt, wir gehen in Jet Synchron. Mit Jet Synchron gehen wir in Aurora Dawn. So. Und jetzt passiert etwas, was ich nicht ganz verstanden habe. Denn theoretisch haben wir ein Needle-Fiber-Resolve bekommen. Und der Gegner hätte daraufhin noch was anketten können. Hat er nicht. Denn er macht es jetzt. Okay. Verstehe ich nicht. Egal. Ähm. Ja. Aurora dann kommt. Und jetzt gibt es halt den Weg, ähm, aufgeben. Also passen oder voll durchzählen. Und, ähm, ich wusste nicht, was er spielt. Ne? Das ist natürlich klar. Man weiß ja nie, was der Gegner spielt. Ich habe gesagt, egal. Wir gehen da voll rein jetzt. Wir gehen da voll rein. Wir geben ihm ganz viele Karten. Denglong ist in the house. Denglong-Effekt. Und ebenfalls Effekt für Token. Token. Denglong. Äh. Hier bekommen wir eben neue, äh, neuen Säulen. Ne? Ist natürlich klar. Effekt. Send Ashuna. Auch sehr nice. Äh, der Zusatzeffekt. Den man zum Beispiel Swords-Vlog nutzen kann. Ähm. Dann bekommen wir Baronen. Denn wir mussten auf jeden Fall eine Nibiru-Safe sein. Weil, ja. Wir lassen ihn jetzt sehr viele Karten ziehen. Ähm. Er zieht weiter. Denglong. Holt einen wieder. Ähm. Wir synchronisieren weiter. Herald des Bogens. Nächster Negate. Sehr gut. Ähm. Wir poppen hier, damit wir genug, ähm, frei haben. Ähm. Wir brauchen hier gewisse Felder frei. Denn, ja. Wir haben, wir haben quasi ein Token zu viel. Ähm. So. Dann kommt hier Level 8. Äh. Und zwar Grandmaster. Grandmaster-Effekt. Addit uns die Sucherkarte. Und warum wollen wir das Ganze machen? Naja. Die Karte sucht uns eine unglaublich unfaire Karte. Todfeind Protoss. Und der ist wirklich der Todfeind. Jedes Dark-Decks. Ähm. Und dann gehen wir hier mit Protoss. Protosspezialbeschwerden wir natürlich auch noch. Und dann callen wir hier Dark. Der Vorteil ist jetzt natürlich, wenn wir jetzt wirklich gegen ein Dark-Deck spielen, haben wir ein sehr gutes Setup. Wir haben ein Omni-Negate, Monster-Effekt-Negate und ein Omni-Negate. Plus eben, äh, keine Spezialbeschwerung, was sehr gut ist. Wir spielen aber auch gegen 12 Handkarten, beziehungsweise gegen 13 Handkarten. Äh. Dementsprechend, äh, ja. Brauchen wir natürlich auch, äh, vielleicht ein bisschen Glück, dass wir gegen Dark spielen. Und, Alua, okay. Er spielt Darks. Und wir spielen gegen Thunder Dragon. Ähm, ja. Thunder Dragon, äh, ein Deck, was definitiv auch Dark spielt, aber auch Lights spielt. Das heißt, Protoss stört ihn nicht komplett. Und wir sehen es hier. Er versucht das Ganze zum Spielen. Ruft ihm dementsprechend einen Light-Monster, was natürlich komplett Sinn macht an dieser Stelle. Ähm, so. Er macht nochmal Alua. Bei so vielen Handkarten. Er will doch sein ganzes Deck leerziehen. Ähm, er Tribut-Summit hier. Gebrill, was sehr interessant ist. Ähm, kommt hier nochmal mehr. Kommt, macht den Gold-Arx-Sakophag. Äh, und geht in die Battle-Phase. Überrennt unseren Herold. Heißt, ein Negate haben wir verloren. Ist nicht schlimm. Thunder Dragon Fusion. Lassen wir an dieser Stelle erstmal durch. Ist nicht schlimm. Jetzt wird's schlimm. Denn jetzt kann er theoretisch mehrfach, äh, schießen. Können wir natürlich Negaten. Eben mit Grandmaster. Daher erstmal kein Problem. So. Er sucht sich natürlich noch eben hier. Setzt zwei Karten. Und muss jetzt abwerfen. Er muss jetzt, äh, Karten abwerfen. Ihr seht, das kann das sogar Maxi, ne? Und Ash. Äh, bedeutet also, ja, er wird wohl Maxi und Ash in der Hand haben. Ne? Ist ja klar. So, wir sind dran. Äh, ja. Wir aktivieren erstmal Tenny, um was zu bouncen. Wir bouncen natürlich dann erstmal den, äh, Titan, weil, ja, Titan ist ein Problem. Äh, ja, auch hier wieder. Er aktiviert den Effekt. Grandmaster muss diesmal sogar von der Hand banishen, was ein bisschen weh tut. Aber ja. Äh, so. Negate. Er erdet sich. Soll er machen. Äh, super Polymeration. Das kann man überraschen, muss ich sagen. Äh, Todfeind geht weg und, äh, Venom ist da. So. Es tut schon weh. Es tut schon weh. So. Äh, aktiviert sich alles. Copy. Spezialbeschirung. So. Red kommt und Yang Sing, beziehungsweise, ja, sie kommt. Gute Karte und Effekt von Red aktiviert sich. Das wird jedoch von der Ash aufgehalten, die irgendwie klar war, dass er die ganze hat, ne? Ähm, anscheinend hat er kein Maxi gehabt, was ich interessant finde, weil er hat ja einen Maxi discarded, aber ja, okay. Wir aktivieren ein Adventure, um halt What's Uncharted's Discard, um What's Uncharted's Effekt zu nutzen, um eben die Spell zu haben. Ein weiterer Party nehmen wir mit und den brauchen wir auch, äh, weil das Problem ist natürlich, dass wir, äh, gerade kein normales Monster haben, aber es ist an sich eh gerade egal, weil wir auch nichts in Friedhof haben. Aber, ähm, machen wir weiter. Wir zerschießen erstmal eigene, können jetzt hier unser eigenes Monster holen, können ebenfalls unsere Yang Sing spezialbeschirren, haben Taya. Taya gehen erstmal in Cheffong. Hiermit ist jetzt auch sehr gut. Äh, hallo, bitte Pause machen. Danke. Äh, bitte Pause machen. Äh, ja, Grundeinschaft, wie die Yang Sing spezialbeschirren, genau. Solange der Sing spezialbeschirren liegt, kann dein Gegner keinen Effekt vom Monster mit denselben Grundstufe wie den Aktivieren. Wir haben Light benutzt, heißt Nibiru Save. So, jetzt haben wir eben, äh, unser Taya gemacht, haben eben, äh, gebanished und gehen jetzt in Level 8 in Baxia. Baxia-Effekt, Bounce und, äh, Müll rein, äh, ist nicht so wichtig per se. Ashuna, äh, wir holen hier einen Token und ja, wir hätten jetzt theoretisch noch Ashuna live, aber, ja, brauchen wir nicht. Attack, Attack, Attack und Game. Ja, Leute, fand ich sehr interessant, äh, Max C Challenge plus Protoss. Ihr merkt, Protoss ist zurecht verboten. Die Karte ist wirklich absolut übertrieben stark. Und deswegen, ja, zurecht überall verboten, außer Master Doom. Also, Protoss geht immer noch, aber, ja, die Karte ist wirklich unfair und muss sich einfach mal zeigen. Denglong ist stark, äh, vor allen Dingen eben mit Niedelfalbe, Aurora, Don, einfach total übertrieben stark. Hier jetzt aber, wie gesagt, äh, das alles ist auch in Master Doom nicht mehr möglich. Aber kommen wir, würde ich sagen, noch zu einem letzten Replay. Beim letzten Replay, was wir uns heute angucken wollen, geht es um ein sehr krasses Duell. Also, ein wirklich krasses Duell. Leute, ihr wollt ein interaktives Spiel? Das kriegt ihr. Das wird alles, also, es wird crazy interaktiv. Wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Allgemein, falls euch das Ganze gefällt, wie gesagt, schauen wir in die Kommentare, ob ihr eine weitere Folge sehen wollt, denn es dauert länger, als ich dachte. Ich habe noch diverse Replays und auch noch einige lustige dabei. Also, wie gesagt, sagt mal, wie ihr das Ganze davon haltet. Und ja, Leute, wir sind im aktuellen Format gerade und wir haben ein Tier-Elements-Format, ähm, und der Gegner spielt ein 60-Karten-Deck. Wir dürfen nicht anfangen, haben Hafnis und Herold, was sehr gut ist. Äh, ich glaube, das war sogar noch, wo Herold nicht auf 1 war. So, weiter geht's. Gegner Fennigang erst. Nachbars, krasses Grün auch. Super Karte, Leute. Finde ich super, Leute. Ihr findet die Karte ja gut. Viele sagen, die Karte soll zurück. Ähm, warum? Fragezeichen? Äh, ja, er geht eher mild. Er hat einen Shuffler. Er hat Snow. Ähm, und, äh, einen Shuffler. Äh, und, äh, es hat gar nicht so viel getroffen, aber doch irgendwie viel getroffen. Äh, denn es passiert nämlich noch mehr Mills und, äh, da trifft der Gesicht des Todes. Und das ist ein Deck, was first turn quasi das ganze Deck millt. Sowohl deins auch oder das gegnerische. Muss hier aufpassen, dass man eben wirklich nicht Deck out geht. So, los geht's. Chainlink 1, Algido. So weit, so gut. Jetzt haben wir's aber. Ich habe immens gut getroffen. Beim Gegner ebenfalls gut getroffen. So, los geht's. Chainlink 1, Chainlink 2, Chainlink 3, Chainlink 4, Chainlink, äh, Target. Weiter geht's. Äh, Target. Will ich nicht. Effekt, Herold. Mache ich übrigens auch extra, um die Shuffler des Gegners rauszuholen. Ähm, nächster Shuffler. Äh, Effekt, Target. Äh, nö. Chainlink 7. Target, Target, Target. Leute, was fehlt? Ah ja, Chain. Chainlink, ähm, nächste Chainlink. Halt, Chainlink 9. Target, wieder die Snow. Halt, Chainlink 10. Wieder die Snow. So, äh, dann sind wir jetzt auch mal an einem Punkt angekommen, wo wirklich nichts mehr geht. Ähm, heißt, wir resolven das Ganze. Snow kommt, zum hundertsten Mal versucht zu kommen. Und wir dürfen uns suchen. Gesicht des Todes. Alles, alles. Triggert, Triggert, Triggert. Chainlink 5. Chainlink 5, let's go. 6. Let's go. Ähm, ja. Er darf hier Karten austauschen durch eben Hawk. Äh, bekommt einen Token. Bekommt ihn. Kann banishen. Also ihr seht, passiert viel. Ähm, wir können hier token. Wie gesagt, token. Monster. Noch ein Monster. Reinschaffeln. Wieder 5 banishen. So. Die banish. Ja, Rhino tut weh. Aber wir haben noch einen Deck, dementsprechend nicht so schlimm. Und der Gegner denkt sich, not enough. Wir wollen mehr Millen. Also Milter. 5 weitere Karten. Aber auch wir haben Wörtchen mitzureden. Denn wir haben hier noch eine Huffness. Huffness Effekt. Wir wollen Millen. Wir wollen Millen. Sharon, Schrei, Agido. Wir wollen mehr Millen, habe ich gesagt. Äh, noch mal eine Snow. Okay. Er steht halt 3 Snows hier in dem Bild. Ähm, überhaupt nicht Bricky per se. Aber, na klar. Wenn nach was Gassys Grüners Resolved, absolut stark, ne? So. Gezweige sich des Todesgleichsverband sogar. Ähm, so. Snow. Kommt. Mill. Und suchen. Und jetzt bekommen wir auch unsere erste, ähm, erste Fusionsbestimmung durch. Denn alle Schaffler hat er ja in seinen Zug schon aktiviert. So. Jetzt kommt Kaleiroat. Kaleiroat-Effekt. Und Gesicht des Todes und Snow und alles. Aber auch Kaleiroat in der Chainlink 5. Bounce dir den Chaos-Herrscher. Habt ihr einen guten Grund gemacht, weil er eine weitere Ressource ist. Also er ist quasi zwei Monster, weil er sich halt für ein Spezial beschweren kann. Und er eben auch für Exit-Place genutzt werden kann. Dementsprechend ja weg damit. Ähm, und es geht weiter. Und wir banischen weitere Karten. Ähm, dieses Banischen tut natürlich weh und kann sehr großzügig werden. Hier. Sechs gegen zehn Karten. Ich sag ja. Weitere fünf Karten. Eins gegen fünf. Eins gegen fünf. Okay. Weiter geht's. Er denkt sich, mir egal. Nummer 60. Ich will mehr ziehen. Ja, zwei. Äh, äh, doch nicht mehr ziehen. Wäre auch blöd, weil er nur eine Karte im Deck hat. Ich will Spezial beschweren. Tut mir leid. Er ist Spezial beschweren hier. Effekt. Sucht sich auf die Hand. Und, äh, das kann jetzt hier der Effekt sein. Spezial beschweren. Und ja, jetzt hat er hier zwei Karten im Deck. Unicorn. Unicorn hilft jetzt eben, mein Kaleiroat zu outen. Weil er merkt, das wird ein Problem. Allure of Darkness. Null Karten im Deck. Achtung, es wird dangerous. Ähm, banished hier ein. Spezial beschweret hier. Spezial beschweret hier. Geht in, im, sehr stark. Natürlich gegen, äh, Tier Elements. Äh, bedeutet gegen Xing-Shin. Und wir sehen hier, keine Karten mehr im Deck. Deck ist aber nicht schlimm. Denn wir haben hier natürlich Schaffler am Deck. Wir denken uns, wir sind auch bald Deck-Out. Aber ist auch nicht schlimm. Denn zum einen haben wir noch Schaffler im Deck und im Friedhof. Und zum anderen Tier Elements recyceln sich ja immer. Dementsprechend ist das nicht so schlimm. So. Er geht hier aber noch weiter in die Appaloosa für, ähm, zwei. Und passt hier. Ähm, nicht sehr starker Board. Also dafür, dass Nachbarsgasus Grün aktiviert wurde, wir Chainlink, ähm, 10, äh, 15 hatten oder so, ist hier echt nichts passiert eigentlich, ne? Äh, Endboard ist dann doch sehr simpel. So, weiter geht's. Wir sind dran. Guck mal, wir starten sogar mit sechs Karten. Also alles easy. So, wir fangen an mit den Schaffler. Wir targeten natürlich seinen Schaffler, weil wir wollen fusionieren dürfen. Äh, das ist natürlich wichtig. Dementsprechend targeten wir alles. Und wir targeten auch Karten von uns, die wir eben im Friedhof, äh, ins Deck wollen. Einfach aus dem Grund, dass wir eben, äh, unbedingt fusionieren wollen, diesen Zug. Und ihr würdet jetzt natürlich hier Unchain und würdet natürlich seine Karten vor allen Dingen auch wählen. Einfach eben, um nicht Deck-Out zu gehen. Weil, ja, er hat null Karten gerade am Deck. Ist ein Problem für ihn. Dann waren wir called by, ähm, auf das eine Target. Was nicht schlimm ist, weil er hat ja seine Snow. Snow kommt, äh, und kommt dann halt dementsprechend. Wir müssen übrigens erwähnen, Nachbarskanzgruner, 60 Karten, ganzes Deck ist weg. 14 Karten noch im Friedhof. Also, es ist crazy, ne? Wie viele Ressourcen da schon verschonten geworden sind. So, damit geht sein extra Deck hier rein. So, wir sind, wir sind, alles wird gebanished. Alles wird gebanished, tut schon sehr weh. Snow kommt, bookt, ist aber egal. Wir können Haftens noch wieder antikarpisch flippen. Das ist halt, macht halt gar nichts. So, jetzt sind wir auch mal in der Mainphase. War übrigens alles in der Drawface, weil, warum auch nicht? Wir fangen an mit Schrei und Normalbeschwören. So, wir haben noch 6 Karten im Deck, millen jetzt 6 Karten, was sehr gut ist. Das heißt, wir können alles millen, was wir drin haben. Wir wussten, dass wir noch 2 Namen im Deck haben, weil die ja in den Zug davor durch Kaleido hat reingemillt worden. Dementsprechend wussten wir alles. So, jetzt, Effekt 1, 2, 3. So, jetzt können wir alles recyceln. Alle Namen, die noch vorher drin waren, so viele sind das übrigens gar nicht, es ist nur eine Cheryl mehr, aber wir können jetzt halt eben recyceln. So, Chainlink 4 und können jetzt Chainlink 5. So, alles resolved, weil alle Schaffler sind weg von ihnen. Er hat hier nur noch Snow als Interaktion und natürlich eine Apolosa und halt der Chinchin, der ganz schön nervt. So, Sharon kommt hier und wir fusionieren hier direkt. Sharon von der Hand hätte man jetzt nicht so machen müssen, gebe ich zu. Ich glaube, da hatte ich auch einen Denkfehler drin. So, wir gehen in Dragospea, weil Dragospea sehr gut ist, kann hier theoretisch Apolosa negaten, allgemein negation. Und wir brauchten das, um Kid Galos den nochmal zu machen und dann jetzt hier Rhinoart zu holen. Jetzt triggert Herzschlag hier, ebenfalls Falle, Effekt Kid Galos, Effekt Rhinoart und es kommt ein Kellback. Der Kellback kam hier ein bisschen unerwartet, wir aktivieren noch Dragospea vor Jux, er annulliert es auch nicht, also brauchen wir jetzt hier auch nicht. Übrigens, Apolosa hat hier nur eine Gate offen, muss man natürlich auch erwähnen hier. So, wir legen rein, wir dürfen uns suchen und jetzt haben wir hier natürlich die Option, einfach mal in die Battle Phase zu gehen und hier alles drüber zu rennen. Wir rennen über alles drüber, was geht. Wollen wir die Snow rennen, aber der Gegner sagt, nee, 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 ich habe noch eine Snow im Deck. Das geht nicht. Snowbook und hier nochmal eine Spezialbeschwörung. Bum, bum, bum. Jetzt sind wir. So, und jetzt denkt man sich, okay, das sieht nicht so gut aus. Es sieht gar nicht gut aus per se. Wir haben hier natürlich ein Riesenproblem auf dem Feld und wir haben nicht so ein starkes Board. Aber Leute, man darf nicht, eine Sache nicht vergessen. Er hat da so einen Effekt genutzt. So, Nummer 60, glaube ich, war das, ne? Und er muss in die Battle Phase gehen, weil er die Main Phase 1 übersprungen hat. Bedeutet also, wir sind jetzt in der Main Phase 2 und erst dort kann er anfangen zu spielen. So, er fängt ja an mit Strickscharf. Strickscharf, klar, er kann hier theoretisch in Koloss gehen, dementsprechend macht Strickscharf Sinn, aber er hat nicht mehr so viel, was er beschwören könnte. So, wir aktivieren jetzt hier eben Fakt Schrei und wir millen halt, weil unser Deck halt auch sehr klein ist, ne? Wir wissen, wir treffen immer wieder die Namen, ne? Wir haben drei Namen, und treffen drei Namen. Also, Chainlink 1, Chainlink 2, Chainlink 3. Bedeutet also, wir dürfen dreimal fusionieren, machen einmal natürlich um unseren Kid-Kaloss zu recyceln, kommen wir in den Rue-Kaloss, dann machen wir natürlich Kaleido-Hard, um noch mehr Ressourcen zu recyceln, haben Kaleido-Hard und können jetzt hier mit den anderen auch noch reingehen und haben hier unseren Kid-Kaloss. Bedeutet, drei Fusionen, die sehr stark sind. Nutzen-Effekt, Nutzen-Effekt zum Bouncen hier. Wichtig, Strickscharf wird hier eben gebounced, damit man hier eben den Tuner rausnimmt, denn ich vermute mal, dass er hier irgendwie an den Tuner wollte. Wie gesagt, das wollen wir nicht. Dementsprechend, ja, verhindern wir das Ganze. Packen rein. Wir haben jetzt noch Counter-Trap hier und noch theoretisch ein Negate. Von daher, wir sind gut in der Position jetzt. Hier kommt er eben von der Hand. Wir können das Ganze negieren, packen unseren Schrei weg, weil Schrei brauchen wir nun wirklich nicht mehr. Wir haben genug auf dem Board per se und wir haben vier Karten. Wir können noch gleich millen, theoretisch durch mit Charon. Also, wir haben hier genug Optionen. Wir brauchen die Karte nicht mehr. So, er geht hier in Normalbestimmung und sieht dann, es bringt nichts mehr. Da habe ich vielleicht ein Body, aber es bringt nichts mehr und gibt auf und das Duell ist vorbei. So, Leute. In drei Zügen. 60 Karten durchgegangen und 40 Karten bei mir durchgegangen. Alles eben in einem. Ja, hier steht Verbindung ist fehlgeschlagen, er wird einfach das Spiel geschlossen, dann ist auch Verbindung fehlgeschlagen. Dementsprechend, ja, krass interessantes Ding auf jeden Fall. Dafür, dass es nur drei Züge sind, sehr interaktiv. Wie gesagt, wir haben sehr, sehr viele Chainlink, 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 Chainlink. Ähm, ja. Und ihr seht, ich habe noch eine Menge Replays offen hier. Wir sehen hier, ich habe hier noch vier offen und wir haben hier sogar noch ein 51-Züge-Duell. Ich weiß nicht, ob wir uns das angucken wollen. Das ist doch dann sehr langweg. Aber wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, was haltet ihr von diesem Format? Ich finde, die Duelle sind zum Teil sehr unterhaltsam beziehungsweise sehr interessant zuzugucken, denn man sieht ja unter anderem, was man vielleicht in Zukunft besser machen könnte beziehungsweise, was für komische Interaktionen eben entstehen können, wenn man lange, lange, lange Master-Duell spielt beziehungsweise allgemein lange, lange Yu-Gi-Oh! spielt. Aber wenn man Yu-Gi-Oh! mit Karten spielt, wird das Ganze eben nicht aufgenommen. Bei Master-Duell ist halt der Vorteil, dass es aufgenommen wird und deswegen hat man eben diese Replays. So, ich habe jetzt aber auf wirklich genug geredet. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wie immer viel Spaß beim Duelleieren.